Ein Abenteuerband für Der eine Ring. Kann er was? Wie ein Grundregelwerk haben wir das Jahr 2965, also 23 Jahre, nachdem Bilbo von seinem Abenteuer zurück ins Auenland kehrte und noch vor dem Auftakt der Heldenreise seines Pflegesohns und Neffen Frodo. Vorab, ich versuche durch dieses Review so spoilerfrei wie möglich durchzugehen. Ihr könnt das Video also sowohl als Spieler als auch als Spielleitung schauen. Das Buch besticht wie gewohnt durch seine hohe Qualität in Sachen Druck und Optik sowie den unikalen Artstyle. Es ist dreiteilig plus Appendix. Teil 1, Nebel über Eriador, stellt sieben Schlüsselorte und Regionen mit ihren Bewohnern vor, die in der Kampagne relevant sind. Hier erfährt man etwas über die Geschichte der Orte und über Ereignisse, in die die Charaktere involviert werden können. Tabat ist dabei der umfassendste Teil mit elf Seiten und einer eigenen Karte, die man als separaten Download zur PDF-Version dazu bekommt und in der auch einige wichtige NSCs enthalten sind. In früheren Zeiten verband die Stadt die beiden Flussseiten des Greyflut durch eine prächtige Brücke, die, wie man es auf der Karte auch sehen kann, heute teilweise eingestürzt ist. Tabat, früher bekannt als Knotenpunkt und Bindeglied zwischen den Seekönigen und Königinnen der Númenor, dem Zwergenkönigreich Moria und den Elben von Hollenwegen, hat heute keinerlei politische Bedeutung mehr und wird eher besetzt als verwaltet und dementsprechend auch nicht wirklich wieder aufgebaut. Der Konflikt brennt zwischen denjenigen, die ihre Heimat nicht aufgeben wollen und einer Fraktion zwielichtiger gestalten. Teil 2, Ein Sturm zieht auf, gibt einen Überblick über drei Plotts für das Abenteuer. Ferner die schwarzen Númenore, Saurons verdorbene, elbenjagende Nachfahren des alten Volkes aus dem Westen, die weiße Hand Sarumans, deren Agenten Wissen über die Ringe sammeln und die Räuber aus dem Dunland, plündernde Nomaden, sowie andere Schatten, womit Gefahren gemeint sind, die relevant werden können. Der Fokus liegt somit auf Fraktionen und Begebenheiten, die den Helden gefährlich werden könnten. Teil 3 sind die zwölf Landmarken bzw. Schauplätze, die in die Kampagne eingebaut werden können und für sich selbst stehen. Möglicherweise für ein One-Shot, das man nahezu so, wie es verfasst wurde, direkt aus dem Buch heraus bespielen kann. Diese Landmarken umfassen jeweils drei bis acht Seiten und beschreiben spannende Charakter-Play-lastige Orte wie die Königinnenhalle, die die Charaktere besuchen können, bespielen aber auch Kämpfe wie in der Grammberg. Alles wurde gut durchmischt und konzentriert sich nicht auf Kampfbegegnungen, auch wenn diese natürlich enthalten sind. In der Appendix findet ihr auf einer Seite optionale Regeln zur Beratung und langfristigen Aufgaben, Gegenstände von überlegenem Wertborgen, subtile Magie und das Auge von Mordor, sowie ein Index auf der Seite 120, 119 ist gefüllt mit einem Porträt. Generell das ganze Buch ist eine große Sandbox, die man zusammenstellen kann, wie es zu eurem Spielstil und den Charakteren passt. Wir bekommen kein stringentes Kampagnen, sondern eher einen Rahmen für ein Kampagnenbuch mit den dazugehörigen Informationen, passenden Plots, Aufhängern, die unsere Helden ins Abenteuer treiben sollen und wie mein Makler sagen würde, viel Potenzial. Ihr müsst also noch Arbeit reinstecken, um die Abenteuer für eure Gruppe spielbar zu machen, aber das ist meines Erachtens nach hier ziemlich gut gelöst worden. Viele Orte bieten gerade so viel Informationen, wie man braucht, um sie als eigenständig wiedererkennbar und für sich selbst stehend zu erkennen, bieten Spielleitung und Charakteren aber auch ausreichend Anhaltspunkte, dass man sie selbst mit so viel Leben füllen kann, wie man das eigentlich gerne möchte. Die Inhalte von Ein Sturm zieht auf, sind sehr gut aufeinander abgestimmt und einige der NSCs sind wirklich großartig und inspirationsfördernd beschrieben. Dass man Saruman als Gönner einbauen kann, finde ich auch sehr spannend, auch wenn ich hier die Gefahr sehe, dass sich das mit dem Meta-Wissen vieler Fans der Bücher oder Filme beißen dürfte. Manche der Karten sind möglicherweise etwas zu simpel, um von Nutzen zu sein oder zumindest um sie so vor den Spielen auszubreiten, außer um ihnen einen groben Überblick über die Region zu geben. Andere sind dagegen ausreichend detailliert, dass sie als Handout in der Mitte des Spieltischs liegen könnten und auch so strukturgebend, dass es mit Worten mühevoller gewesen wäre, diese Orte zu beschreiben. Weißt du überhaupt bereits, ob das System etwas für dich ist? Dann schau doch einfach mal in dieses Video und lass dir von mir die Basics erklären. Aber kommen wir einmal zur großen Preisfrage zurück. Ist das ein Pflichtkauf? Nein. Enthält es eine Menge cooler Dinge und ist für Fans der Bücher und des Systems interessant? Definitiv ja. Durch den Sandbox-Charakter bekommt das Buch sogar einen erneut spielbar Charakter. Denn aus einer anderen Perspektive können dieselben Ereignisse durchaus spannend sein, insbesondere wenn man auf vorherige Abenteuer-Durchläufe referieren möchte. Zu den zwölf Landmarken-Abenteuern muss man dazu sagen, dass es nicht leicht ist, Ereignisse einzubauen, die nicht von Tolkien selbst verfasst worden sind und die nicht mit seiner umfassenden Lore kollidieren. Ich finde, der Spagat zwischen Abschreiben und zu viel Hinzudichten, dass Leute davon genervt sein könnten, ist eigentlich ganz gut gelungen in den Büchern. Man kann sich darüber streiten, ob Tabat nicht eigentlich bereits verlassen sein müsste. Laut Anhang B des Herrn der Ringe wird Tabat als ruiniert und verlassen aufgrund von Überschwemmungen beschrieben. Die Autoren interpretieren dies dahingehend, dass die Stadt größtenteils verlassen wurde, beziehungsweise nur noch eine Hülle ihres früheren Selbst ist, die nun von Räubern beherrscht wird. Aber irgendwo müssen nochmal Abstriche gemacht werden, wenn man eine Welt flexibel genug für Rollenspiel halten möchte, die man aber trotzdem an eine abgeschlossene Lore anknüpfen will. Die Autoren räumen sogar ein, dass sie die offizielle Tolkien-Überlieferung ein wenig überstrapaziert haben. Ich finde allerdings, sie haben das ausreichend glaubwürdig gelöst. Und wenn ihr mich für diese Aussage auf dem Scheiterhaufen sehen wollt, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Einzelne Elemente in dem Buch wirken, als seien sie für Leute geschaffen worden, die tief in der Tolkien-Lore sind, weil sie nicht ausreichend detailliert für den 0815-Fan zu verstehen oder einzuordnen sind, aber sie sind ausreichend beschrieben und auch nicht in der Form relevant, als dass man als nächstes Tolkien-Werke danach untersuchen müsste. Man merkt aber, dass es hier nicht nur um die Zielgruppe Rollenspieler ging, sondern man auch die Sammler als Zielgruppe einbinden wollte. Das Buch macht es auf jeden Fall sehr leicht, die Geschichte der Charaktere zu bespielen, was mir in manchen Kaufabenteuern zu sehr durch das zwangsläufige Railroading irgendwie abhanden gekommen ist. Wenn Geschichten sich auch ohne die Helden erzählen, dann sind deren Entscheidungen nicht so wirklich von Bedeutung und dann betreibt man eigentlich kein Rollenspiel, sondern sowas wie begleitetes Hörbücherhören. Das passiert einem bei dieser Art der Abenteuerkonzeption natürlich nicht so schnell und ich mag es, dass das hier bedacht wurde, egal ob bewusst oder eben nicht. Ein weiterer Grund, warum das Buch wertvoll ist, sind die vielen verschiedenen Gegner und NSCs, die wirklich gut beschrieben sind und mit denen kann die eher überschaubare Menge solcher Figuren im Grundregelwerk hervorragend erweitert werden. Es sagt ja niemand, dass sie sie nur in diesem Kaufabenteuer benutzen könnt. Mit 120 Seiten ist es etwa halb so dick wie das Grundregelwerk, was ich für ein Kaufabenteuer okay finde. 40 Euro für das Hardcover im Vergleich zu 50 Euro für das Grundregelwerk wirken erstmal happig, sind aber der hohen Druckqualität geschuldet, die das Buch hat. Mit 20 Euro für die PDF wird man allerdings sicher nichts falsch machen und man kann sich die wichtigsten Karten und Handouts auch noch etwas einfacher passend ausdrucken oder per Tablet vergrößerbar darstellen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, aber noch gar nicht wisst, wie man Charakter erstellt, dann schaut einfach mal in dieses Video rein. Viel Spaß!